Tag Leute herzlichen Willkommen zurück zu Halt Stop Battlefield 3 mit Brockenblaze und Dominik und Yannick und Hicke auf. Halt Stopp! Ich habe mich gleich versprochen am Anfang. Es ist immer so, wenn du zu viel reden willst am Anfang, zu viel raushauen willst, dann passiert das. Und du lachst mir nicht aus. Meine Freundin hat mich ausgedacht. Das ist nicht schön. Das ist nicht nett. Was hat sie denn? Dominik, halt's Maul. Deine Freundin ist eine Schweizerin, Punkt. Die ist keine Schweizerin. Wenn sie eine Schweizerin wäre. Siehste? Oh Gott, hat sie schon gesagt, wie sie gerade eine Schweizerin ist. Gut, wir legen los. Wer sagt Stopp? Ich. Und wer sagt Los? Ich. Okay, du kannst nicht beides übernehmen. Dein IQ reicht nicht dafür. Los, Stopp. Ich sag Los, du sag Stopp. Ja. Los. Stopp. Oh, L96. L7. Jamal. So viel zu Sniper. Ich bin der Einzige, der das Sniper hat. Ja, gut, okay. Gut, dann Visier, sag Los. Stopp. Wenigstens. M145. Da hab ich nichts, okay. Okay, ich hab ein scheiß Visier, aber okay. So, dann das nächste. Und go. Stopp. Okay, gerade Zugverschluss. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ich hab einen guten Sniper. Das ist sehr schön. Machen wir nur die Seitenwaffe schnell. So, und go. Ja. Na, heute mal ein bisschen Zeit nehmen. Na, heute mal ein bisschen Zeit nehmen. Stopp. L9-11. MP443. So, Gadget 1. Gadget 1, let's go. 1. Los, komm. Und, los, los, los. Stopp. Armbrust. Kein Gadget. Jawoll, ich hab die Armbrust. Also, ich hab ein gutes Setup. Also, meins ist, naja. Ich hab eine Strohfinette mit Visier. Eine Strohfinette mit Visier. Wenigstens, ne? Du bist der Marsch. Bäh. Also, ich hab's eigentlich nicht so schlecht. Ich hab eine Armbrust. Dann auf dieser Map. Die Map hier hat schön Winkelgasse. Ja, kommt drauf an, wie du rennst auf der Web, ne? Ja. Du musst dich anpassen, Dominik. Du musst dich anpassen. Ach, ich messer die einfach alle. Du bist ja auch ein Asylant. Du konntest dich auch an Deutschland anpassen. Ich glaub, auf der Map wollte ich dir mal Schweizerdeutsch beibringen, Hel. Ja, das kann ich mir noch dran nennen. Stimmt, stimmt. Das müssen wir mal machen, wa? Du musst lernen. Wir könnten echt mal so einen Schweizerdeutsch Grundkurs machen. Ja, warum nicht? Wieso nicht, ja. Warum nicht? Why not? Why not? Fuck, Jesus. Why not, ne? Sag mal, ne, ne? Ja, ich treff nicht. Ich seh nix. Du siehst nix, ich treff nix. Ja, stirbst du auch mal. Hallo? Oh, Mann. Mann, 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 Mann. War ich grad scheiße. Was ist die Helligkeit? Ich bin auch wegen dem gleichen gestorben, Hel. Auch wegen dem gleichen? Ja. Ich hab den doch voll runtergehauen. Ich hab irgendwie, ich wollte nicht schießen. No. Yes. Ja, stimmt auch wieder. So, ich versuch jetzt mal wieder ordentlich zu spielen. Nee. Nee. Was? Hey, hör auf mich zu dissen, Dominik, ne? Witz des Tages, ne? Ich hab noch keinen Gegner gesehen. Du bist n Witz des Tages. Da ist einer. Und ich verrecke wieder. Witz des Jahres. Okay. Janik ist n Witz des Tages. Du bist n Witz des Jahres. 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 Auch nett von dir. Danke für das Kompliment. Sag das nochmal. Nein. Sag das nochmal. Nein. Sag das nochmal. Nimmst du rück? Nein. Nimmst du rück? Nimmst du rück? Oh, hast du dich tot? Nein. Nein. Du dreckiger. Verdammter. Ausländer. Ich bin kein Ausländer. Hallo. Ich bin mehr Europäer als du. Schweiz kennt keiner. Schweizer sind die Ausländer hier. Immer mehr man von der Schweiz her denkt. Was ist das? Ist das Nani? Sie ist das. Die Amerikaner haben das Gefühl, Schweizer schwiegen. Trotz des Effekts. Was labert der? Ja, der ist so. Was? Schweizer? Hör auf jetzt! Gegner! Okay, wir sind quitt mit. Wir sind quitt mit. Aufwärm. Ich hab wirklich bis jetzt einen Gegner gesehen und hab mich getötet. Ne? Du hast nur einen Feind gesehen. Gut so. Immer drauf. Ah, Mann. Jetzt ist er hochgekommen. Ich wollte ihn da nicht hochlassen. Boah! So, jetzt komm ich ja mit der Armbrust rein. Jetzt komm ich mit der Armbrust rein. Man muss ja auch das Setup richtig nutzen, ne? Ja, genau. Du hast ja genug da. Ja. Auch wenn wir dann später aufnehmen, das Turnier und so. Dann will ich auch sehen, dass sie in den Videos auch alle Waffen nutzt. Ja, ja. Auch die Pistole, auch alles, ne? Mach ich. Sonst ist das nicht regelkonform. Regelkonform. Was für ein Wort. Regelkonform. Da sagen sie sicher auch nur so eingebildete Schnösel. Was für Regeln, bitte. Komm ein. Ja, die Regeln lauten, alle Waffen nutzen. Ah, ja. Das ist ja was für Puzzis. Du bist ne Puzzis. Du bist ne Arschloch. Ich weiß. Ich weiß. Bäm. Oh. Ich glaube aus, dass jemand ein Team gekillt. Ja, warum nicht? Das ganze Team hast du gekillt. Ja. Das ganze Team. Das ganze Team. Das ganze. Hast du gefurzt? Der hockt da in der Ecke, dieser kleine verdammte. Nutenkopf. 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 Ein richtiger Nutenkopf. 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 Mit Doppel-U und H geschrieben. Nutenkopf. Nutenkopf. Richtig. So sagt man es in der Schweiz. Ja, bestimmt. Ganz sicher. Ich fick nicht. Nein. Nein, bitte nicht, Dominik. Oh, shit. Oh, das war jetzt auch so sein Teamkiller. Das wollte ich nicht. Mensch. Ich hab gedacht, das war ein Gegner. Muss man sorry schreiben. Wie schreibt man hier nochmal? Na hier. Mit T. Sorry. Hab ich. Muss ich ja auch. Ich töte dich. Ich töte dich. Er ist ja schon tot. Scheiße. Ja, aber schieß nochmal drauf zur Sicherheit. Nee. Man weiß ja nicht. Das ist ja Munitionverschwendung. Ich hab ja nicht so viel. Du bist ne Verschwendung. Ja. Ja. Ha! 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 Broken Place. Achtung. Wo? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Links auf der Straße offen. Wieso? Hä? Was? Bei mir warst du voll Idiot. Hä? Was labert der? Halt die Fresse. Was halt die Fresse? Nein, mit der Armbrust ist da auch nichts. Ich fick dich! Hab ihn. Junge, Junge. Nein. Ich will ja mal ein bisschen Armbrust töten. Halt die Sch... Scheiß Armbrust. Nein! Komm raus! Die haben Angst vor mir. Kann ich verstehen. Dieser kleine verdammte Käfer von... Oh Mann ey! Wallacharam! Der legt den Arschtriescht. Jaau! Hör! Ich bin verletzt! Entschuldigung. Arschloch! Wenn du verletzt bist und helfest dir nicht das weißt du schon. Wollt dir hochhelfen und ich bin ins Messer gelaufen. Dann trete ich noch nach. Oh. Ja, leg ich den Boden. Oh, sag mir netten. Nö. Ich meine, wir könnten... Wir könnten ja. Ich hab da was am Schuh. Oh, ich hab Schweizer am Schuh. Ohohoho Nee Machen wir nicht, ne? Nee, machen wir nicht Später Hinter dir! Ja, hinter dir oder vor dir? Weiß jetzt? Wo? Ja, hinter mir! Du seh nix! Hinter mir, hinter mir Hinter dir? Hinter mir Hinter mir Ja Hinter mir dir, ja Du dreckige Esk Tourette! Achtung Tourette! Man, von diesem Scheiß Von diesem Scheißgebüsch hab ich nix gesehen Ja, das ist hier richtig nervig Ja Ich war im Busch Und hab ich nix gesehen Böses im Busch Junge, also irgendwie sind wir diesmal schlecht Oh, ja Obwohl, obwohl, ja Janek ist der Beste wieder mal Ja, ja, irgendwas stimmt da nicht Nee, eigentlich nicht, aber Ja, ich mein ja, der Beste von hinten Achso, von hinten Du musst es ja wissen Nee, du eigentlich Fresse Da Fresse Da wird jetzt gemessert da oben Komm her Komm her Nein, nein, das läd ich nicht um Hab ihn Ich seh einfach nie einen Und wenn ich einen seh, dann bin ich tot Tja, das ist halt so, ne Das ist scheiße Ich mag das nicht Piss nicht Nein Wurde ich die Teamkilde? Ja, du Arsch Scheiße, ich wurde gekillt Ach ne, das war Pech Warum? Zu viele Teamkilde Oh Mann Ich hab nur zwei gekillt Nee Richtig so raus wie diese Toioretten Weißt du, in unserem Land gibt es sowas net Ja In unserem Land gibt es sowas wie DJ Bobo Ja, darunter geht schon ne Weile, ne Weiß ich Aber du bist ja Disqualified Mann Ich treffe nicht Habe ich auch nicht Oh, jetzt hab ich Nee, hab ich nämlich getroffen Scheiße Ah Mann Ja, was machst du denn da auch, Dominik? Passt doch auf Ja, das war nicht mit Absicht Junge, ich hab ne Schrotflinte gehabt Ja, gehabt Mensch Ja, mei, passiert Kannst du nicht wieder rein? Nein Warum? Keine Ahnung Wo war'n der jetzt? Der war im Busch Die Spielsitzung ist abgelaufen Fake dich Die verstecken sich alle im Busch Ja, müssen wir leider zu Ende bringen Ohne Dominik, oder? Ohne Dominik Ihr werdet mich doch hoffentlich vermissen, oder? Nee, nicht wirklich Come on Nee, nicht wirklich, nein Also ein bisschen vielleicht, ne? Wenn ich so beim Scheißen Dann vermisse ich dich hoffentlich so Bam Habe einen Das ist jetzt echt toll von euch, also Was denn? Das ist nicht toll von uns Das wird euch nicht vermissen werden Nein, ist okay Ist okay Ist okay Ist okay Kommst du klar damit? Ist okay Schön Schön Schön, dass die Verfassung es ist Oh Ah, jawoll Ah, noch was Auch die Regel wird sein Äh, später Alter, geh ich jetzt auch zu meinen Halt jetzt deine Fresse, Dominik, oder es gibt keinen Lutscher Hast du dich wieder beruhigt? Was auch eine Regel sein wird Indischen Turnier, nebenbei Habe ich mir gerade eingefallen, ne? Ich bin voll im Flow Man muss mit jeder Waffe einen töten Sonst zählt das gar nichts Was? Mit jeder? Ja, mit jeder Waffe muss man einen töten Die töten kann, aber nicht mit dem Messer Die? Die töten kann Nee, Messer nicht Aber halt, keine Ahnung, du hast ja Nimm mal an, du hast eine Primärwaffe Du musst den mit der einen töten Dann musst du den mit der Pistole einen töten Dann hast du den Armbrus Du musst den Armbrus enttöten Dann hast du den Granatenwerfer Du musst den mit dem Granatenwerfer enttöten Wenn du das nicht schaffst Mit den Raketenwerfer musst du den Raketenwerfer töten Dann gibt es einen Punktabzug Oder die Runde wird gar nicht gegeltet Nee, Punktabzug Und zwar pro nicht erfüllt 5 Genau Irgendwie sowas Machen wir dann so eine Tabelle Oder so, machen wir dann Damit es ja auch eine Challenge ist, ne? Ja Mhm Und sonst kannst du immer mit der gleichen Waffe rumlaufen Und dann macht es auch keinen Sinn Okay Ja, und so, Dominik, du musst zugucken Du kannst nicht immer zugucken Ja, ich guck grad Facebook Mach das Also eigentlich guck ich ein Porno, aber Ich guck Facebook Eben, Facebook Porno Du hast so alte Bills In der Freundschaftssisten Nein, nein Lass mal Nee, nee Das darfst du ja auf Facebook gar nicht Aber auf Twitter darf man das Ah, nee Die Gnade kommt wieder zurück Scheiße Scheiß Gelände, Alter Jawoll In dein Orsch In dein Orsch Alter, der hängt hier auch sehr witzig Guck mal Das ist ein Akrobat Oh, er ist weg Oh, hier ist Hier ist sehr viel Blut Ich weiß nicht, ob das gut ist hier zu sein Alter, das kann What the fuck Ist das Blut? Ist das alles Blut? Alles Blut Ich weiß es nicht Blut Warte Hat jemand so eine Tage? Komm, wir davon bei der Brotte U A U U Arsch U, A U A Gibt's doch nicht so Lied U, 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 U Mach mal, mach mal Mach mal, mach mal Mach mal in der Band Der hat Janik gesagt U Und der Domlin gesagt A Okay Mach mal Nee, du Affe. Nicht so, du Affe. Rhythmisch. Oh, die geht es auch. U-Anton! U-Anton! Das verkaufen wir jetzt für 10 Millionen. Wollen wir noch eine weitere Version machen draus? Okay, jetzt machen wir das so. Janik fängt an. Janik macht äh. Äh. Dann macht er Dominik. Äh. Dann mach ich äh. Das dann ganz schnell. Habt ihr das gebet? Äh. 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 Okay, das funktioniert. Da müssen wir doch dann üben, Jungs, ne? Wenn wir berühmt werden wollen. Äh. 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 Okay. Warum sind wir gerade so behindert eigentlich? Keine Ahnung. Ich bin nicht drauf gekommen überhaupt. Äh. 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 Ey. Äh. Ja, es wird ein Porno. Es wird ein Porno. Ich hab's gewiss. Seid ihr ein One-Hit-Wander? Ja, lasst du das her. Ein One-Hit-Wander wie Milli Vanilli. Ich schien, du bist ein One-Hit-Wander. Ja, aber was haltet die Jungs davon? Sollten wir eine professionelle Musikkarriere starten? Ich werde dabei. Gut. Seid ihr dabei? Ja. Gut, machen wir. Fragen wir mir einen YouTuber an, dann verkaufen wir auch so ein Album. Ja, genau. Machen wir einen YouTuber. Und dann noch Shampoo von uns. Ja, das sowieso. Also ein Shampoo, das doch Dominik geht. Hau, diese dreckige Lache. Die Vorstellermeister. Shampoo a la Dominik. Scheiß-Geschmack. Nicht Geschmack, Geruch. Nein, Scheiß-Geruch. Was? Ja, mein. Das sind wieder mega behinderte Aufnahmen. Aber der Michael fehlt. Der spielt nicht. Ah. Obwohl, der mag ja eh kein Battlefield 3. Der ist ja was besseres. Der spielt ja armer. Der Eingebildete, weisch? Ne, der spielt ja auch nicht mehr. Na, weil er nur zu blöd ist. Er hat immer gesagt, es ist besser als Battlefield 3 und 4. Ja, wohin denn? Wohin muss ich? Warum? Ah, dahin. Rade aus. Rade aus? Ne. Aber ich war ja für'n, ähm, Nikia Wackelkopf. Nikia Wackelkopf? Warte, ich. Das wär geil. Bestimmt geil, sowas. Komm her. Ich muss hier nochmal Team killen. Ne, will ich ja gar nicht. Hab ich. Haha. So. Damit die Runde noch schön zu Ende geht. Liebe Abonnenten von der Gaming. Was? Dies ist ein Aufruf an euch. Fickt ihn. Hart. Ins Arschloch und in die Eichelloch. Achso. Genau, genau. Genau. Genau so. Genau so. Mach das. Okay. Verstehe. Ah, Mann! Hach! Ja. Das war wieder mal die Runde Battlefield. Halt. Stopp. 3. Mit den Versagern. Genau. Mit den besten auf der Welt. Dominik wurde ja leider rausgehauen. Passiert. Was? Aber mei. Dafür hat der Janik das wieder alles gut gemacht. Hä? Genau. Also Leute, nie vergessen, haut rein und ja, vergewaltigt den Schweizer und streichelt den Dominik. Der macht das immer so, wenn man den so am Hinterkopf ein bisschen streichelt, der mag das ganz gerne und einen Klaps auf den Arsch gibt. Da steht's auf der Dominik. Hä? Hä? Und wir sehen uns noch nächstes Mal. Haut rein. Hä? Hä? Ja? Ja?